ja moin leute kleines unboxing ja kommen auch mal wieder videos demnächst muss ja nicht mal zusammenschneiden mein finger zu sehen naja mal das mal auf wird auf jeden fall kein spiel sein aber jetzt schon hatte mir was bestellt wie man sie für dieser firma ich finde die serie lustig dafür knapp 80 euro kann man das mal kaufen komplett komplett noch kann man mitnehmen haben wir ja so viele mann fand ihr mal lustig wie er sich an stellt erst anzufassen und so und daher kann ich auch eigentlich mal die erste folge sehen und er war auch mal bei 8 x mit bei jemanden gespielt hat x habe ich ja auch komplett so wieder zu 85 stunden nach so wie ein video spiel eines der neueren so das war's also bis demnächst wird mir auf jeden fall mal ran machen wenn ich mal wieder was zusammen zu schneiden aufgenommen hatte ich ja genug also bis demnächst bei bei